Das Besondere ist, dass wir nicht einfach nur ein Haus entwerfen, sondern es musste von außen schon irgendwie erahnbar sein, woraus die Substanz dieses Hauses ist. Und gleichzeitig wollten wir ja nicht, dass es aussieht wie jedes Haus, weil es ja nicht so ist wie jedes Haus. Eine Form, die darüber hinausgeht, was wir bisher kannten und die uns sehr bereichert hat. Das ist etwas, was sehr schön ist.